So meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Hallo ihr Lieben, ja genau, wir spielen ein neues Let's Play zusammen, Tomoji und Inka, nämlich Knack 2, das gibt es gerade im Play Store für umsonst, zumindest für eine gewisse Zeit, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, aufgrund von Corona, von wegen Stay Home, Bleib zu Hause. Genau, wir sollen zu Hause bleiben und Knack spielen oder Spiele spielen, deswegen machen wir es jetzt einfach mal. Ihr Götz, das Spiel ist tatsächlich schon länger gewünscht und ich habe das immer erfolgreich dazu gebracht, das nicht zu spielen, aber jetzt wo es umsonst geht, glaube ich, gibt es keine Ausreden mehr, wir spielen zusammen. Dann los, na? Das ist meine Welt, die einzige, die ich je kannte. Sieht gut aus, oder? Ich habe sie auch schon mal gerettet. Also, Knack und ich haben sie gerettet. Knack ist mein... Vielleicht fange ich lieber von vorn an. Ich heiße Lucas, das ist meine Heimat. Ein wunderschöner Ort, voller mysteriöser Relikte. Man sagt, sie seien Überreste einer alten Zivilisation. Sie sind ziemlich wichtig, denn sie versorgen alles mit Energie. Ein Freund von mir, der Doktor, hat sie ein ganzes Leben lang studiert. Ihre Geheimnisse. Und eines Tages fand er heraus, wie man sie verbindet. Zum Leben erweckt. Und heraus kam... Knack. Und Knack? Er kann einfach alles tun. Wie gesagt, zusammen haben wir die Welt gerettet. Und noch lange Zeit danach ging es unserer Hauptstadt New Haven prächtig. Jetzt... ...wird sie angegriffen. Mich quält nur der Gedanke. Es ist meine Schuld. Was habe ich getan? Runter! Wir bringen das in Ordnung, Lucas. Und zwar... ...jetzt. Komm, Spieler, Inka ist mit beigetreten. Wir machen Schwierigkeitsgrad. Wir haben ein bisschen Spaß dabei. So. Ja. Willkommen in Kurven oder so weiter. Und los geht's. Okay. Was hast du jetzt eingestellt? Aufs Spiel. Oh. Oh. Wo bin ich? Da. Uhu. Komm, ich hau dir eine. Baps, baps. Ein paar Menschen klatschen. Schade. Der ist böse. Hey, wir müssen uns zwar drauf einigen, dass wir beide nicht gleich... Drücke auf den einen Tritt. Kickbox. Oh, da hab ich zu dir rübergekickt. Das ist er denn da hinten, ne? Das ist halt der, um gegnerischen Angriff abzuwerden. Ah, okay. Der drüben ist bestimmt... Oh. Oh, L1 gedrückt halt. Gegnerische Angriff. Oh, der hat mich voll mitgespankt. Oh, nein, ich bin ganz klein. Ich hab den verprügeln, Mika. Oh, ich glaube, er ist tot. Nee. Haha. Oh, noch einer? Oh. Und noch einer. Oh. Der ist noch ein bisschen größer. Mhm. Mhm. Oh. Haha. Okay. Jetzt sind wir also so klein. Aha, jetzt sind wir wieder groß. Aha. Haha. Ja, schon witzig. Oh. Er hat uns gekauft. War er weglaufen vorhin, oder was? War er im Kopf. Er klauft uns vor uns nicht. Oha. Oh. Kein Problem, Mika. Ich mach ihn nicht mehr. Ich bin alleine fertig. Yay. Das ist noch einer. Hm. Ich kann aber Sprungattacken machen. Ja, man sprungt. Du kannst hier ja mit Kreis dann, ne? Ja, so. Dann tritt er dabei. Ja. Ja, jetzt sagt er es doch mal, dass wir schrumpfen sollen. Jetzt sollen wir da wahrscheinlich hochlaufen. Warte, hopp, 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 juhu. Oh, Hallöchen. Moin, Oma. Ich denke auch, dass wir hier oben müssen. Okay, ich kann nicht, wir müssen runter. Okay, aber wir können hier durchbrauchen. Oder einfach so, Inka einfach nur durch. Oh, er ist schon wieder. Das ist auch sicher, der ist böse zu uns. Oh. Warte, auf mich! Komm schon, komm schon, juhu. Ja, es ist auf jeden Fall ganz sparsam, finde ich. Sparsam? Ja, okay. Nicht sparsam, sondern sparsam, Inka. Ja, klar, für uns vom Sonsten ist es sparsam, ja, klar. Ja, das auch, das sowieso. Wie bleibst du, Inka? Ach, da wieso. Oh, ey. Ich kann mich reparieren. Wäre von Dings, okay, Projektile abwerfen, also okay. Willst du hier nicht rüberkommen? Doppelsprung, xx. Ach so. Das sollst du als Super Mario begeistert auch wissen. Hallo. Oh. Ja, ich, ich, äh... Ups. Ui. Wow. Mit Lüftungsschacht wahrscheinlich wird durch. Ähm, was ich sagen wollte, genau. Spaß ist, dass wir hier, äh... Mal wie... Mal wie jetzt die Zweifel spielen, tatsächlich. Oh. Können wir uns gar nicht groß machen, warum? Oh, können wir uns nicht groß machen? Ähm, vielleicht hab ich mich vertan. Vielleicht sollten wir... Äh, vielleicht sollten wir... Okay, warte mal, wir können hier was kaputt machen. Warte. Das sind so Bautklötze, wir können was hier zusammen machen. Ah. Ja. Schon sind wir fast groß. Na, komm, dann können die aber verflügelchen. Okay, du, man muss diese Bautenklötze weggefunden machen. Relikte. Ja, ja, das haben wir jetzt gelesen. Können wir jetzt wieder weiter fortschreiben. Ich glaube, äh... Wahrscheinlich müssen wir direkt nicht klatschen, diese Räume. Uh. Äh. Äh. Ich sehe mich nicht, wie er diese gigantische... Schild da direkt aufleuchtet. Der will unbedingt, dass wir den hier noch kaputt haben. Ja, damit wir noch größer werden wahrscheinlich. Ah, okay. Lauf, Kinderchen, lauft! Haha. Haha. Ist gut. Ich geh mal davon aus, es waren irgendwelche special... Dinge ins Kerchen, irgendwas. Ah, okay. Uh. Au, au. Oh. Okay, doch. Hahaha. Und ich werd nochmal drauf gegrillt, Alter. Uh. Uh. Oh. 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 Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich dachte, ich werd du. Du sprichst hinter... Hahaha. Das wär zu geil gewesen. Das hätt ich mega gefeiert. Oder? Alles kaputt machen, ne? Oh. Guck mal, wir werden wieder ein bisschen größer jetzt. Wir dürfen wieder wachsen. Okay. Oh. Woopi, woopi. Genau. Okay, genau dann. Äh. Aha. Wow, wir fusionieren. So gigantisch ein Mega... Äh, Robot. Yay. Das ist aber cool. Ich mach einfach alles kaputt. Ich hab das Gefühl, umso größer wir werden, umso schwerfälliger werden wir auch, ne? Es geht sich irgendwie so, ba-ba-ba-ba, wir sind so groß. Was steht denn da? Ähm, wenn du in die Richtung drückst, in die du rausweichen möchtest, kann man das nur noch aufweichen, okay. Ich glaub, so sollten wir einen Termino. Termino? 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 Okay. Warum steht der nicht einmal reich auf drei? Woo! Können wir verprügeln einfach. Gut denke. Gut Idee. Habe ich Angst, vorsichtig, ich schieße dir irgendwas. Du hast zur verkehrten Seite mit mir. Aue. Ja, wir haben ihn ermordet. Wir sind super Helden. Ja. Reliktenergie, ein Geheimnisvoller, hermlauer Energie. Du kriegst den Gegner, besiegst deinen Schatz runter. Probierst du eure Maus. Okay, dann müssen wir den drücken. Okay, ah. Und dann Körperschlag. Aufladen. Damit können wir wahrscheinlich unseren Schlag aufladen. Weg der Geschwindigkeit. Und ich glaube, wir kriegen das beide gleichzeitig, wenn wir uns entscheiden. Ja, denke ich mir mal. Einfach mal. Wow. Yay. High Five. Okay, und jetzt? Und dann? Der nächste Vater... Der nächste Vater... Der nächste Vater... Sammle weiter Reliktenergie, um knacktes Stecker zu machen. Okay, today. Ja. Ah, okay. Jetzt kannst du hier... Schlage mit dem Körper den Boden. Ne, Gegensschaden. X und vier Kasten. Das können wir jetzt schon machen? Aber ich kann... Du besitzt nicht genug Relikt. Ja, gut, denn ähm... Den können wir jetzt schon benutzen, ja? Ja. Wow, das ist so eine Schiene. Ich hab's. Genau, da stand er ja gerade schon mal. Den wir den machen. Ja. 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 Ja, ich kann ja vielleicht ein bisschen schneller. Ja. 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 Ridiculär. FUSION! FUSION! Kommen wir los. Oh. Ich glaube, das war korrekt so. Bäh! Einer ist weg. Der zweite Fall zum Teil. Oh! Oh! Äh... Ja, das haben wir... Das war... Das war einmalig, wie wir das gemacht haben. Und die Helden feiern uns wie Helden. Nein, äh... Die Menschen feiern uns wie Helden. Jaja... Okay! Woe denn? Wohin denn? Naja, genau genau. Achtung! Guck mal! Lululululu! Oh! Wir haben doch gerade drei so die großen Gegner besiegt. Das könnte ja auch nicht noch mehr kommen. wir vereinten kam aber wer ist er der ist ja noch mal größer als der größte eben gerade von den größten das hat geknackt sogar ein knackblatt das hochladen ja was geht mit der jetzt sechs monate zuvor an ist es das lukas direkt vor uns festhalten ich gehe runter bist du so weit neck gibt es einen grund warum du hier wandern gehen wolltest ja aber ich will dir die überraschung nicht verderben das will ich natürlich auch nicht ich bin einfach froh zeit mit meinem lieblings neffen zu verbringen mit deinem einzigen neffen das auch komm schon neck wird aber auch zeit dann legen wir mal los so meine lieben kinderchen was macht ja das wars wir heute wir sehen uns in der nächsten folge morgen es ist ganz schön witzig hat mich gerade an uncharted hier gerade erinnert das hier gerade ähm kinderchen wir sehen uns morgen und bis nächstes mal und ciao tschau tschau